Chromosom 21 So, gute Launemusik. Wunderbar. Da sind wir wieder Folge Nummer 1, jetzt also wirklich Folge Nummer 1, Chromosom 21 mit Alex und Karol. Ja, genau. Guten Tag, schön, dass ihr vielleicht zuhört. Wir sitzen jetzt hier gemeinsam im Luisenkombinat und haben vor, die Frage zu stellen, was ist Down-Syndrom? Also vielleicht für den einen oder anderen, der das nicht kennt oder der es vielleicht kennt, aber nicht so genau weiß, was, wie, warum. Da würde ich mich auch mit dazu zählen. Ich habe so eine vage Vorstellung, aber so ganz konkret ist das bei mir alles nicht. Ich könnte mich jetzt auch in Wikipedia belesen und so, aber es ist, glaube ich, viel interessanter von jemandem zu hören, der selbst mit Down-Syndrom zu tun hat oder der sich damit auskennt, was das wirklich bedeutet, was das ist und so weiter und so fort. Aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, wir haben uns ja so diesen Plan gemacht, dass wir immer am Anfang jeder Folge Resümee ziehen zur vorhergehenden Folge. Da gibt es jetzt zum Glück nicht allzu viel, weil die Nuller-Folge, die wir gemacht haben, das war ja eher so Technik-Krimskrams und kurze Erklärung, warum, weshalb, wieso. Aber trotzdem haben wir zwei Fragen bekommen per E-Mail, die ich dem Alex jetzt vortragen werde und ihn darum bitten werde, die mal zu beantworten. Also erstmal eine ziemlich simple Frage, die ich aber irgendwie schon passend finde oder interessant finde, nämlich, die Frage hat gestellt Christine, warum ist es so, dass Menschen mit Down-Syndrom immer diesen komischen Topf Haarschnitt verpasst bekommen? Aber das stimmt irgendwie, oder? Also ich weiß nicht, zumindest ist es so, wenn man so die klassischen Bilder in den Medien sieht, dann haben die alle, ich habe das übrigens mal vergleichsweise gestern mal angeguckt, haben die alle diesen komischen Haarschnitt so einfach nur Schnitt drumherum, fertig, aus, nichts Individuelles. Da muss ich auch spekulieren. Ist dir das auch schon aufgefallen? Mir ist das noch nicht aufgefallen. Okay. Bei den Kindern vor allen Dingen, die ich kenne, da ist es auch nicht so. Das weiß ich nicht, ich vermute, das ist genauso Mode einfach oder die Menschen haben sich dafür entschieden, weil sie es gut finden vielleicht. Okay, also Trend, vermutest du auch. Ja, vermutlich. Sehr schön, da haben wir doch schon Nummer 1 beantwortet und jetzt Frage Nummer 2. Die ist deutlich komplexer, ich habe auch überlegt, ob wir die heute mit reinnehmen, aber Fragen sind Fragen. Und weil ich fast vermute, dass diese Frage vielleicht eher zu einer anderen Folge dann passt. Die lautet, wie fühlt es sich an zu erkennen, dass das eigene Kind unter Umständen niemals eigenständig bzw. ohne Hilfe leben kann? Das hat Jens gefragt. Ja, das ist schon eine interessante Frage, wie es sich anfühlt. Wenn man das überhaupt wiedergeben kann. Wenn man das erkennt. Ja gut, ich sage mal, also erstmal, ich kann dazu schon was sagen, weil ja ich auch einen Sohn habe, der Down-Syndrom hat. Der ist inzwischen reichlich zwei Jahre alt. Und naja. Darf ich dem mal eine Hilfe-Fragestellung geben? Muss es denn unbedingt so sein, dass die nicht eigenständig leben können? Genau, naja, das ist eben der eine Punkt, dass es erstmal ganz unterschiedlich ist. Dass es viele Menschen gibt, die das durchaus können oder mit einer geringen Hilfe sie hinkriegen. Aber es gibt eben auch welche, die das vielleicht auch nicht können. Aber wenn man vielleicht die Nachricht kriegt, dass das Kind ein Down-Syndrom haben wird, dann stellt man sich das ja erstmal vor. Ja. Wenn wir tatsächlich in der nächsten Folge auch noch im Detail weiter dazu eingehen. Man stellt sich das tatsächlich vor, dass das so sein wird erstmal. Entgegen aller Dinge, über die man sich vielleicht nachher informiert. Und das war ich auch als Gegenteil sagt. Aber man stellt sich das tatsächlich vor. Und deshalb kenne ich auch das Gefühl. Und es ist natürlich ein ganz schönes, es nimmt einen ganz schön mit. Aber vor allen Dingen auch deshalb, weil... Weil viele Vorstellungen, die man sich gemacht hat vorher, halt in dem Moment... Na ja... Wie so eine Seifenblase zu platzen. Ja, die zu platzen. Ja. 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 Und da weiß man natürlich erstmal nicht, wie man damit umgehen soll. Also da ist man... Also es sind natürlich viele Gedanken, aber unter anderem auch das. Überlegt man dann, wie werde ich denn für das Kind da sein können und so weiter. Was ist denn das vielleicht für mich auch für eine Belastung. Also so Gedanken macht man sich schon. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum manche Menschen dann auch in der Situation denken, Boah, ich kann das nicht, weil das ist so eine Riesenaufgabe für mich jetzt vielleicht. Und deshalb will ich das Kind nicht bekommen und werde es abtreiben. Das ist... Ja. Das... Also es tut sich so eine Ratlosigkeit auf. Und mit... Also vielleicht auch so irgendwie gepaart oder gemischt mit Resignation erstmal, oder? Also dass man erstmal meint, das ist etwas, was... Also wo man erstmal zweifelt, ob das zu schaffen ist. Genau. Ja, das schon. Und... Aber wobei ja da noch nicht gesagt ist, ob das wirklich notwendig ist. Also das ist ja wie gesagt... Genau, genau. Das ist ja ganz wichtig. Die Schwierigkeit. Weil man natürlich... Man weiß sowieso nie... Genau. Erstmal überhaupt nicht, was das Leben bringt. Aber in dem Fall hat man sich ja oft auch nicht damit beschäftigt, einfach vorher. Ja. Lebenswege dann. Und... Ja. Aber ich meine, die Frage war ja... Wie man sich fühlt. Wie man sich fühlt, wenn man das mitbekommt, dass das Kind sozusagen abhängig ist von allem. Ja. Ja, das ist nicht... Also bis zum gewissen Grad hat man das natürlich eh, wenn man Kinder hat. Das ist so. Stimmt. Da denkt man aber in dem Moment nicht dran. Das ist eher so eine Reflexion jetzt sozusagen im Nachhinein. Aber es ist natürlich jeder, der Kinder hat. Oder auch... Naja... Jetzt nicht nur Kinder. Es ist ja auch... Man hat ja auch, weiß ich, zum Beispiel Eltern, Großeltern, die vielleicht irgendwann Hilfe brauchen, wenn sie älter werden. Ja. Und... Das ist ja in ganz vielen Bereichen in der Gesellschaft und im Leben so, dass es einfach Menschen gibt... Oder ob das jetzt selbst, wenn das alleinstehende Menschen sind, die einfach nur sich um ihren Hund kümmern. Ja. Also ich meine, da hat man auch eine Riesenverantwortung. Und da sozusagen das Lebewesen ist einfach von einem abhängig. Und das ist so. Und... Ja... Und... Aber es ist natürlich eben bei so einem Kind mit Down-Syndrom oder nicht Down-Syndrom oder irgendeiner anderen Behinderung, ist es natürlich in der... Es ist ein Kind und es wird sich entwickeln und das wird eine Zukunft haben, die man nicht kennt und die spannend ist. Und... Und... Ja... Ja... Da... Das hast du schön gesagt. Das gefällt mir. Das ist ein schöner gedanklicher Ansatz. So, das ist ein Kind, das sich in jedem Falle irgendwie entwickelt. Ja... Und... Alles andere ist Spekulation. Also du weißt halt sowieso nie, wie es kommt so. Das ist witzig, weil wir haben uns ja vor ein paar Wochen oder so, als wir zusammengesessen haben, da schon mal so ein bisschen unterhalten darüber. Über dieses, was auf einen zukommt und ist das absehbar oder nicht. Und am Ende kommt sowieso alles anders, als man denkt. Genau. Das hilft einem natürlich nicht. Das nimmt einem natürlich nicht die Angst vor irgendwelchen unbekannten Dingen, ne. Also im Leben. Das haben wir ja in ganz verschiedenen Stellen. In der Gesellschaft auch. Ähm... Das ist einem unbekannte Sachen Angst machen. Und da würde ich einfach sowas auch dazu zählen, ne. Man kriegt eine Nachricht. Da weiß man erstmal nichts mit anzufangen. Und das macht einem Angst. Und dann... Aber wenn man einfach das Schritt für Schritt irgendwie angeht, da... Das ist dann... Ja. Kein Problem. Das wird man sehen, ne. Also ich... Also jetzt nochmal... Ich persönlich habe dann natürlich auch darüber nachgedacht, wie das sein wird. Ähm... Vielleicht, wenn ich mal alt bin und... Ähm... Vielleicht selber nicht mehr so eine Kraft habe. Aber... Also inzwischen bin ich da zuversichtlich, weil... Ähm... Es ist einfach so viele Menschen, wo mich drum herum gibt. Mhm. Die mir helfen können. Und die werden auch immer da sein. Ja. Und äh... Es gibt einfach auch in der Stadt, in der Gesellschaft Menschen, die sich dafür interessieren. Und außerdem... Äh... 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 Einfach auch in... Eine Fähigkeit, in Scham. Dass ihn ganz viele Menschen halt lieben. Und da wird immer jemand für ihn da sein. Ja. Also da auch, wenn ich nicht da bin. Oder nicht aus irgendeinem Grund das nicht kann. Ja. Genau. Schön. Schön. Das war... Ja. Das war ein schöner Schlusssatz dazu. Okay. Und dann sind wir ja... Und das ist ja fast ein fließender Übergang. Dann sind wir ja eigentlich schon bei dem Thema oder bei der Frage, was ist denn Down-Syndrom? Weil es gibt da wahrscheinlich so äh... Äh... Ganz unterschiedliche Ansichten und vielleicht auch so pauschale Urteile, die da durch die Gegend flattern. Und... Wer mit dem Down-Syndrom so an und für sich nichts am Hut hat, der wird da nicht allzu viel... Wissen... Ähm... Um was es dort geht. Und das ist bei mir zum Beispiel genauso. Also... Ich habe eine bestimmte Vorstellung, wenn ich jetzt Down-Syndrom höre, von Menschen mit zum Beispiel diesem... Äh... Haarschnitt mit diesem... Eigenartigen... Was... Was bei mir zum Beispiel verankert ist, ist das... Die auf mich immer einen unglaublich... Lustigen Eindruck machen. Die laufen halt echt fröhlich durchs Leben. So... Das ist das, was ich bisher gesehen habe. Und das war es aber auch schon so. Mehr ist da nicht. Und dann kennt man noch so die medizinische Geschichte. Und darum... Das wäre vielleicht der erste Einstieg. Wie... Kommt Down-Syndrom zustande? Oder... Wie ist die Definition von Down-Syndrom? Mhm. Also das ist glaube ich irgendwas mit Chromosomen gewesen. Wir heißen ja nicht um... Also dieser Podcast heißt ja nicht umsonst Chromosom 21. Und es gibt da... Äh... Eine bestimmte Anzahl an Chromosomen... Im Körper. Und da ist dann glaube ich eins irgendwie zu viel. Irgendwie sowas. Aber... Ja... Das ist so ungefähr das... Was ich jetzt aus dem FF kenne oder weiß... Ohne dass ich vorher bei Wikipedia oder in irgendeinem Lexikon nachgelesen hätte. So... Jetzt bist du am Zug und kannst das jetzt etwas konkretisieren oder vielleicht sogar richtig stellen. Ja... Genau... Ne... Ähm... Wollte ich auch gerne erstmal... Ähm... Ähm... Das ist... Äh... Mit unterschiedlichem Charakter und mit unterschiedlichem Aussehen, mit Haarfarben und allen möglichen anderen auch. Ähm... Und... Ähm... 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 Ich meinte nicht jetzt nicht pauschal, dass alle fröhlich durch die Gegend rennen. Sondern die, die ich bisher so gesehen und kennengelernt habe. Die waren halt immer irgendwie lustig drauf. Die waren immer fröhlich. Ja... Und das fand ich echt bezeichnend. Genau. Okay. Aber es äh... 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 Ähm... 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 Also Down-Syndrom... Also erstmal fangen wir mal vorne an. Ja. Ein Syndrom ist erstmal eine Kombination von... von körperlichen Merkmalen, die zusammen auftreten und eine gemeinsame Ursache haben. Und ähm... 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 Es ist also... In dem Fall keine Krankheit. Ja. Wo man... Wenn man Syndrom hört, denkt man vielleicht auch an eine Krankheit. Hm. Das ist also nix, ähm... Was man jetzt heilen kann. Na. Und ähm... Ähm... Es ist auch nix, was Schmerzen verursacht oder wo man leidet dran. Ja. Es ist auch nix, was einen behindert. Ähm... 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 Man kann äh... Also Menschen, die Down-Syndrome haben. Also ich hab schon von diesen vielen Merkmal... Von diesen gemeinsamen Merkmalen gesprochen. Und äh... Wenn... Ein Mensch dann so eins hat. Ähm... Zum Beispiel ein Herzfehler kann sein. Ähm... 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 Manche Kinder mit Down-Syndrom haben einen Herzfehler. Also es ist durchaus gehäufter als bei anderen Kindern. Und die... Das kann natürlich Schmerzen verursachen oder einfach körperliche Ergebnisse haben. Ja. Das heißt das Risiko... Ähm... Wenn also Down-Syndrom auftritt, äh... Geht das Risiko damit einher, dass eventuell... Äh... Irgendwelche... Dinge am Herzen auftreten können. Genau. Also erhöhtes Risiko, sagen wir es mal so. Genau. Das passiert einfach öfter. Ja. Und die... Ähm... Also das zum einen... Die... Also... Mal vielleicht gleich dazu sagen. Das ist natürlich eine große Bandbreite, die es dann gibt von... Äh... Von... Von Herzfehlen, die jetzt nicht... Äh... Keinen Einfluss groß haben. Aber... Durch auch... Durchaus auch welche, die... Natürlich in gesundheitlichen... Äh... Gesundheitlich beeinträchtigend sind. Die dann auch behoben werden müssen und können. Ja. Und... Äh... Also das... Wir haben diese Sache als körperliches Merkmal. Dann haben wir... Ähm... Viele Kinder... Oder Menschen mit Down-Syndrom haben... Äh... So eine... So eine geringere Körperspannung. Ja. Also... Man sagt Hypotonie dazu. Das ist eine... Äh... Eine geringere Muskelspannung. Ja. Und das... Ähm... Gibt es auch sonst bei... Bei anderen Menschen manchmal. Und... Ähm... Das führt einfach dazu, dass... Äh... Ich sag mal... Das ist ja ein Lärm hier. Ja. Achso... Das ist glaube ich... Die machen gerade Treppenhauseinigung. Achso... Ja... Äh... 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 Das führt dazu... Äh... Ja... Das ist... Ähm... Das zum Beispiel... Das ein bisschen länger dauert... Bis so ein... Ein Baby mit Down-Syndrom sich drehen kann... Zum Beispiel... Ah... Wie man aufschreiten muss... Schreibt mal weiter... Ja... Also... Hypotonie hatten wir... Hypotonie... Und dann... Äh... Mit dem Herz... Und... Manchmal tritt noch... Naja... Im Verdauungstrakt... Im Darm gibt's manchmal... Äh... Äh... Probleme die auftreten... Die aber auch behoben werden können... Ja... Es führt dazu... Dass... Manchmal Kinder... Babys... Wenn sie geboren werden... Mit Down-Syndrom... So ein bisschen... Einen schwereren Start haben... Am Anfang... Vielleicht noch eine Woche im Krankenhaus sind... Oder zwei... Mhm... Oder halt... Je nachdem... Auch... Äh... 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 Und... Ähm... Und natürlich immer in unterschiedlicher Ausprägung... Also das heißt... Genau... Es kann auch sein, dass überhaupt nichts... Irgendwie an... An solchen... Wie sag ich jetzt... Äh... Äh... Erhöhten Risiken oder so... Da ist... Es kann aber eben auch auftreten... Genau... Es kann sein, dass... Ähm... Ähm... Das kein Herzfehler ist... Oder dass er keinen großen Effekt hat... Gibt's da Zahlen oder so? Ne... Da haben wir gerade so eine Zeitung... Die... Da steht wahrscheinlich nicht drin... Naja... Also... Ich glaube man doch... Nein... Das können wir ja zum nächsten Mal nochmal recherchieren... Das können wir nochmal genau... Ja... Genau... Ja... Okay... Also... Äh... Es sind vielleicht auch die Hände und die Füße ein bisschen kleiner... Okay... Das kann sein... Ähm... Ja... Und... Äh... Es ist... Man sagt... Es geht eine geistige Beeinträchtigung... Äh... Äh... Damit einher... Ähm... Ähm... Oder... Oder... Ja... Aber es gibt sozusagen auch... Äh... Äh... Die Intelligenz... Wie heißt denn das eigentlich... Naja... Äh... Wenn man jetzt diese klassische... Wenn man jetzt einen IQ-Test macht... Wo es um Kognition geht... Und... Äh... 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 Also... Das ist... Zumindest nach... Äh... Den Aussagen mit vielen Bekannten... Ähm... 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 Ja... Ähm... Ja... Dass man einfach sehr oft sieht... Äh... Menschen mit Down-Syndrom... Einen ganz starken Riecher dafür haben... Was gerade... Die Stimmung ist... Was gerade Sache ist... Wie es jemandem geht... Ja... Und... Ähm... Ähm... Ja... Das ist interessant... Ja... Das ist... Also... Das ist ja eigentlich nicht die schlechteste Sache, oder? Nö... Das ist eine sehr... Also... Das ist ja echt... Äh... Das ist eine sehr gute Sache... Und... Äh... 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 Ich habe letztens mit einer... Ähm... Bekannten gesprochen... Die auch... Äh... Eine Schwester hat... Mit Down-Syndrom... Ist auch schon erwachsen... Äh... 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 Die meinte... Dass es erstaunlich ist... Ähm... 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 Äh... Die Schwester muss immer... Die Kinder fordern immer ein, dass die Schwester da ist... Und die gehört immer ganz zentral dazu... Es ist ganz wichtig, dass sie da ist... Äh... Äh... Irgendwie... Schafft es die Schwester... Sozusagen anderen Menschen... Den... Äh... Das Gefühl zu geben... Das ist... Äh... Also ein gutes Gefühl zu geben... Ja... In ihrer Anwesenheit... Ja... So... Ja... Das... Äh... Ja... Das ist eine... Eine ganz tolle Eigenschaft... Das wünsche ich mir... Häufiger bei Menschen... Das... Ja klar... Ne... Man hat natürlich auch... Ähm... 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 So eine Fähigkeit... Mit denen ist es natürlich schwer umzugehen... Das hat man ja oft im Alltag... Ja... Und das ist auch mein Eindruck... Das gehört jetzt zwar nicht hierher... Weil das ist schon... Was weiß ich... Philosophisch... Politisch... Keine Ahnung... Aber... Mein Eindruck ist schon... Dass irgendwie... Also... Dass Menschen immer weniger... Also... Empathie haben... So... Oder... Dass es nicht so ausgeprägt ist... Und umso angenehmer ist mir es... Wenn ich... Also... Menschen begegne... Die... Über diese emotionale Intelligenz zu fühlen... Die einem das... Dieses... Angenehme Gefühl geben... Man ist da irgendwie... Ne... Hat einem Partner gegenüber sitzen... Äh... Bei dem man sich gut fühlt... So... Und... Das ist natürlich... Ja... Natürlich eine schöne Eigenschaft... Ja... Wenn das... Äh... Äh... Das ist schön... Genau... Äh... Lässt sich erklären... Wie... Wie... Wie das zu diesen... Vielleicht... Wie nennt man das... Verschiebungen kommt... Dass... Also... Die... Kognitive Fähigkeit... Mitunter vielleicht... Geringer sein kann... Aber dafür die emotionale Intelligenz... Also... Stärker ausgeprägt ist... Da gibt's... Äh... Da weiß man sehr wenig drüber... Es ist... Man muss ja auch dazu sagen... Also... Ich meine... Es ist... Die Menschen sind... Insgesamt sehr verschieden... Na klar... Ist das auch so... Und wenn man auf so eine... So ein Level kommt... Äh... Da... Sozusagen... Äh... Dass man da was erklären möchte... Medizinisch... Oder psychologisch... Das ist ganz schwer... Und man hat es einfach beobachtet... Dass es so ist... Ja... Okay... Und... Ähm... Da kann man vielleicht nochmal... Ein Stück zum Anfang zurück... Und zwar... Äh... Man sagt ja... Down-Syndrom... Und so ein Syndrom ist oft... Äh... Das ist... Das war nämlich... Äh... Ein... Ein englischer Arzt... Und Neurologe... John Langdon Down... Hieß der... Der hat im 19. Jahrhundert... Ich meine... So etwa... 1820er... 1890er Jahre gelebt... Mhm... Und... Ähm... Hat sich eben... Für Menschen mit Behinderung interessiert... Und hat auch in... Äh... Ein Krankenhaus... Gegründet... Ja... Dort sich... Auch mit den Menschen beschäftigt... Und... Ähm... Hat dort sozusagen zum ersten Mal... Beschrieben... Dass es... Dass es eben scheinbar Menschen gibt... Die... Diese gewissen Eigenschaften teilen... Ja... Und hat es... Äh... Dann... Auch benannt... Ne... Der hat damals... Mongoloide Idiotie dazu gesagt... Daher der Begriff... Also... Ich kann mich sogar noch... An ganz früher erinnern... Wir hatten... Ein... Mit... Ein Klassenkameraden... In der... In der Klasse... Den haben die immer... Mongoloiden genannt... Oder so... Oder man sagt ja... Genau... Kommt das daher? Ja... Ja... Das ist... Äh... Mongoloide Idiotie... Das klingt... Ja... 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 Das war... Ja... 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 Und... Das ist... Ein sehr negativer Begriff... Es ist sehr negativ konnotiert worden... Im Laufe der Zeit... Ja... Hat das natürlich erstmal... Nicht so gemeint... Also... Bzw. die Konnotation ist immer negativer geworden... Ja... Bis dahin gehend... Bis... So ist es... Genau... Bis im Dritten Reich... Ja... Damit Menschen bezeichnet wurden... Die dann kurz darauf umgebracht wurden... Ja... Und... Ja... Also... Dieser... Ähm... Dieser Arzt... Ähm... Ähm... Hat... Was... Der hat eigentlich als erstes... Äh... Äh... Das sozusagen gruppiert... Und gesagt... Hier... Ähm... Die haben auch eine Gemeinsamkeit... Ähm... Andere Eigenschaften auch gibt... Ja... Und die er... Ähm... Gefördert hat... Und... In denen er... Äh... Wo er den Menschen die Möglichkeit gegeben hat... Ja... Tätig zu werden... Auch zu arbeiten... Ja... Und... Und... Äh... Deshalb mag ich den... Äh... 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 Und... Nach MS-Zeit irgendwie... Keine Ahnung... Nee... Äh... Ähm... Das ist einfach nur ein ganz medizinischer Begriff... Okay... Während dessen Syndrom... Das Down-Syndrom sich eher sozusagen auf eine Gruppe von Eigenschaften... Äh... 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 Übersame Ursache bezieht... Ja... Da geht's um diese... Diese Eigenschaften... Ähm... Und Trisomie beschreibt einfach... Ähm... Ehm... Eben die Ursache... Ja... Tänz dieses Syndroms... Ja... das Dreifache vorhanden sein von einem Chromosom, dem 21. Okay, pass mal auf. Ich bin null Ahnung. Mann und Frau haben ja unterschiedliche Chromosomen. So, fangen wir mal beim Urschleim an. Genau. Ich hatte schon lange kein Chemie mehr. Nee, Bio-Meister, natürlich war ein Spaß. Es gibt dieses XY, ne? Genau. Chromosomen. Ja. Und dann gibt es ja in jedem Falle immer eine Chromosomen, wie heißt das, Chromosomenart, Typ, die egal bei welchem Geschlecht immer vorhanden ist. Und Trisomie 21, also dieser medizinische Begriff, beschreibt sozusagen, dass dieses eine Chromosom vollkommen unabhängig vom Geschlecht dann eben mehrfach vorhanden ist, obwohl es nur einmal da sein soll? Nee, also das Chromosom 21 ist kein geschlechtsspezifisches Syndrom. Deshalb können auch Jungen und Mädchen, Männer und Frauen da ein Syndrom haben. Es gibt auch Syndrome, die nur ein Geschlecht haben kann. Die beziehen sich dann auf die Geschlechtschromosomen. Aber das 21. ist kein Geschlechtschromosom. Es ist einfach ein ich sage jetzt mal so ganz laienhaft, ganz normales Chromosom, was bei jedem Menschen vorhanden ist. Ja. Und normalerweise ist es so, dass jedes unserer, wir haben insgesamt 46 Chromosome, jedes unserer 46 Chromosome zweimal vorhanden ist. Also haben wir, ich spare jetzt mal diese XY-Geschlechtssache aus, weil ich da einfach nicht so fit bin, aber deshalb haben wir sozusagen 23 verschiedene Chromosomen. Ja. Und das 21. davon, das ist bei Menschen, die Down-Syndrom haben, dreimal vorhanden. Okay, alles klar. Und deshalb heißt es, deshalb sagt die Medizin dazu Trisomie dreimal, nicht Isomie, nicht Trisomie. Trisomie alles 20, das heißt dreimal das 21 Chromosom. Das ist sozusagen einfach die ganz medizinische Bezeichnung dafür. Ja, ja. Und das, wenn man jetzt interessant ist natürlich jetzt zu überlegen, wie kommt denn das dazu? Ja, richtig, genau. da muss man sich jetzt, wenn man sich die, den Vorgang der Befruchtung vorstellt, hat man ja die männlichen und die weiblichen Keimzellen. Nee, nicht Keimzellen. Nee, Keimzellen? Ja, die Keimzellen. Zellen, oder? Die Keimzellen. Okay, ja, ich, Entschuldigung, ja. Die Keimzellen. Du hast recht, ich denke ja nur an Keimzellen und denke dann an irgendwie unreines oder so. Nee, nee. Ja, okay. Also die Zellen, die männlichen Spermien sind Keimzellen und die weiblichen Eizellen sind Keimzellen und in den Keimzellen sind nicht 46 Chromosomen drin, sondern nur die Hälfte, nämlich 23. Also ist jedes Chromosom nur einmal vorhanden. Klar. Und wenn dann die weibliche Keimzelle mit ihren 23 Chromosomen und die männliche Samenzelle mit ihren auch 23 Chromosomen sich vereinigen, hat man eben diese Urzelle, aus der das Kind dann hervorgeht, mit 46 Chromosomen. Okay. Und wenn aber die eine Keimzelle nicht 23 Chromosomen hat, nicht jedes Chromosom nur einmal, sondern 24 Chromosomen, nämlich das 21. Chromosom zweimal, kommt es bei der Verschmelzung dazu, dass auch die Urzelle 47 Chromosomen hat und also dreimal insgesamt das 21. Chromosom hat und dann haben natürlich auch die anderen Zellen, die sich daraus ergeben, auch entsprechend die gleichen Chromosomen und also es gibt keine, man weiß nicht, warum das passiert, also es ist so, also warum sich Keimzellen bilden, die Oh, hier lässt gerade den Kindergarten vorbei draus, oder so. Ja, wo wir gerade ein Thema sind. Es geht ab. Ja. Ne, also man weiß nicht, warum jetzt medizinisch, genetisch es passiert, dass eine Keimzelle plötzlich zweimal das 21. Chromosom hat, das ist unbekannt und ja, das ist... Okay, also das wäre nämlich meine Frage gewesen, warum gerade das 21. Chromosom warum nicht das 15. Naja, das gibt es auch, es gibt auch andere Chromosomenungewöhnlichkeiten, wo andere Chromosomen mehrmals vorhanden sind oder gar nicht vorhanden sind oder die verschiedensten Änderungen es da gibt, da kann ich auch gleich noch was dazu sagen, aber es ist auf jeden Fall so, dass es meistens die Eizelle ist, die sozusagen das 21. Chromosom zweimal hat, in selteneren Fällen die Samenzelle. Ja. Genau, das ist so die Erkenntnis, die man da oder das Wissen, was man gerade da hat. So, dann stellt sich ich mir jetzt die Schluss, also habe ich jetzt die anschließende Frage dazu, das heißt, diese Vorbelastung, dass ein Chromosom mehrfach da ist, ist also vererbbar, also muss ja vererbbar sein, oder? Ist das vererbbar? Genau, dann können wir als kann nur vererbt werden. Ja, nee, natürlich, klar ist das nicht ansteckend oder so, ist klar, das heißt, man könnte ja im Vorfeld wissen, dass man eine Belastung hat, eine Vorbelastung hat im Chromosomenbereich. Naja, nee, weil, weil sich die, man weiß ja nicht, was für Keimzellen man gebildet hat. Man kann ja nicht jede Keimzelle einzeln, also wenn man sich vorstellt, man hat Millionen von Samenzellen oder viele tausende Eizellen, dann haben vielleicht nur einige wenige davon zweimal das Chromosom 21 und die anderen eben nicht. Ja, ja. Und es passiert auch sehr oft in der Schwangerschaft, dass die befruchteten Eizellen, die dreimal das 21. Chromosom haben, einfach absterben, ne, also in den meisten Fällen ist das so, ich meine, es ist auch in vielen Fällen so, wenn das sozusagen eine reguläre Anzahl von Chromosomen hat, ne, also es sind ja viele fruchtete Eizellen, die einfach in den ersten 12 Wochen abgehen, aber die Anzahl ist noch ein bisschen höher, wenn es ein Trisomie 21 gibt und, ja, und dann gibt es aber verschiedene, es gibt noch verschiedene Arten von Down-Syndrom oder Erd-Trisomie 21 sagt man dann, weil es gibt die freie Trisomie, Mosaik-Trisomie und, jetzt muss ich überlegen, Translokations-Trisomie, die freie Trisomie ist die, wenn, das ist die dritten meisten Fällen auf, irgendwie 95% aller Fälle ist das eine freie Trisomie, das heißt, dass in jeder Körperzelle die 47 Chromosomen vorhanden sind und das sozusagen da überall gleich ist, dann gibt es die Translokations-Trisomie, das bedeutet, dass in jeder Zelle 46 Chromosomen sind, aber Teile des 21. Chromosoms, also das 21. Chromosom ist auch zweimal da, und dann aber Teile dessen nochmal öfter vorhanden sind, aber an anderen Chromosomen dranhängen und das Menschen, die das haben, die müssen gar keine klassischen Symptome von Down-Syndrom haben, ja, das Und wie stellt man das dann aber fest? Naja, man kann, also oft stellt man es gar nicht fest, man kann einen Gentest machen, wenn es einen interessiert, und ja, okay, das gibt es eben, und da haben wir noch Mosaik, und dann haben wir Mosaik-Trisomie, das ist, da bin ich nicht ganz fit, wie das entstanden ist, wie das entsteht, auf jeden Fall ist der Effekt so, dass es nur in manchen Zellen des Körpers 47 Chromosomen gibt, also in manchen Zellen ist das Chromosom 21 zweimal da und in anderen dreimal, und das ist in ein bis, also es gibt selten ein bis zwei Prozent aller Fälle ist das so, und da, die Menschen, die das haben, die haben weniger von den von den klassischen Eigenschaften, die Down-Syndrom, also die eine freie Trisomie sozusagen hat, und das gleiche ist bei einer Translokations- Trisomie. Ja, 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 aha, okay, na, das ist interessant, genau, jetzt haben wir uns so, wenn die, ja, ich überlege, ich denke gerade so, übernach, ich habe mir das ja alles mitgeschrieben, über diese drei, wie nennt man das, sind das Trisomie-Arten, genau, ja, kann man das so nennen, wie lange reden wir jetzt schon, ich muss mal schauen, okay, also wir reden jetzt etwa 35 Minuten, deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal ein kleines Päuschen, lassen ein bisschen Musik rein, dudeln, ja, dann kann man sich wieder ein bisschen entspannt von diesem ganzen Zahlenwirrwarr, und dann können wir ja nochmal gucken, ob wir vielleicht noch ein paar wichtige Dinge besprechen, und dann hast du das erstmal, okay, gut, also jetzt noch ein bisschen Musik, While it is true that night time devours the day, it is doubly true that every morning, the sun returns to frighten away the power of the darkness. Darkness has no power here. Begone! We shall soon see who has the power in the universe. Enough talking! I grow impatient with your idle words. It is time to fight! I would prefer not to engage in violence, but I see now that it is the only language you understand. So we will fight! Ja, jetzt habt ihr ein bisschen schöne Musik gehört, und jetzt kließen wir uns hier nochmal Tee ein, und haben uns noch einmal besprochen, besprochen derweil, und haben dort noch zwei wichtige Sachen, also mehrere wichtige Sachen, aber eine wichtige Sache auf jeden Fall mit erörtert, nochmal ganz kurz zu diesem Begriff, dieser John Langdon Down definiert hat, Mongoloide Idiotie. Das ist so nicht ganz zum Ausdruck gekommen, aber dieser Begriff Idiotie, das haben wir vorhin ja, während die Musik lief, begackert, der Begriff Idiotie ist ja zu dem Zeitpunkt, als er geprägt wurde, jetzt zum Beispiel durch den Down, ja ein medizinischer Fachbegriff gewesen, und ist im Laufe der Jahrhunderte dann verkommen zu einem Schimpfwort, oder was auch immer. Also da hat sich die Bedeutung dessen geändert, das hat also nichts damit zu tun, dass es irgendjemand ein Idiot ist oder sowas, sondern zu dem Zeitpunkt war das ein medizinischer Fachbegriff. Heutzutage ist das ein Schimpfwort, das ist schon kurios, wie sich das alles verändert. Genau, sagt man einfach nur Idiot, ja, hau ab, ne? Genau, genau. Dann hatten wir noch, da willst du nochmal nachschauen, diese Mongolei-Geschichte? Ja, also, Es gibt da die Legende? Naja, es gibt die Legende, also, ich habe, das habe ich selber auch nochmal gelesen, das ist eben der Begriff, Mongoloide Idiotie, da steckt ja auch Mongoloid, also mongolisch drin, und was sich auf den, sozusagen, das runde Gesicht, ein bisschen rundliche Gesicht und vielleicht die ein bisschen schiefstehenden Augen, die mandelförmige Augenform bezieht, da gab es in den 60er Jahren, hat sich die Mongolei offiziell international beschwert, ich weiß gar nicht auf welchem Podium, aber auf jeden Fall gab es da eine, ich weiß nicht, ob es UN war, auf jeden Fall hat sich die Mongolei darüber beschwert, dass es den Begriff Mongoloide Idiotie gibt und dass sie sozusagen darin vorkommt und das ja durchaus negativ eben konnotiert war, behaftet war und, jetzt habe ich schon wieder Elm gesagt, tut mir leid. Das ist nicht schlimm. Und man möge das doch ändern. Oder wie? Und man möge das bitte ändern. Daraufhin gab es einen einstimmigen Beschluss. Alle Länder haben sich dann entschieden, dass sie das eben nicht mehr so nennen, weil das bis dahin eben immer so negativ verstanden wurde. Und dadurch kommt dann dieses Down-Syndrom und andere Begriffe wie Trisomie 21 und so weiter, die dann, bist du das sicher, wollen wir das jetzt echt verbreiten? Wow. Na gut, wir lassen das mal so stehen. Ja, das können wir dann mal überlegen. Wir lassen das mal so stehen. Wir können ja unsere Zuhörer mal sozusagen zur Aktion auffordern. Also, es klingt schon echt, also es klingt durchaus nachvollziehbar. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das wirklich so passiert ist. Ja, lass uns das für Ende her nochmal. Wir können das ja, genau. Okay, also das waren jetzt die zwei Dinge, die, und dann jetzt, wir machen mal, wir setzen mal weiter fort. Wir sind stehen geblieben bei diesen drei Arten der Trisomie 21, nämlich einmal die freie, die Mosaik-Trisomie oder die Translokations-Trisomie. Das waren so diese drei Arten, die auftreten. Und nun, jetzt habe ich auch wieder Irm gesagt, und nun kommen wir zu interessanten Fragen, die diesbezüglich aufgeworfen werden, also was das Auftreten von Trisomie 21 angeht, nämlich, du hattest das vorhin mit dem Beispiel Rauchen. Was war da? Da kann deine Mutter froh sein, dass sie nicht raucht oder was? Oder wie? Oder wie? Es gibt ja Gerüchte oder es gibt, man soll ja in der Schwangerschaft bestimmte Dinge nicht tun, um dem Kind nicht zu schaden. Und bezüglich des Down-Syndroms gibt es auch viele Gerüchte, dahingehend eben von Leuten, die da nicht sonderlich viel Ahnung haben. Und da muss man klar sagen, also das Down-Syndrom tritt nur durch diese beschriebene Vorgänge auf. Ja, bei der Befruchtung. Es gibt keine äußeren Einflüsse, die das verursachen oder verhindern können. Also sprich, Rauchen oder Alkohol sind nicht der Grund dafür, dass Trisomie 21 entstehen kann. Genau. Die können natürlich andere Sachen verursachen. Die können durchaus auch Krankheiten verursachen und verschiedenste Sachen. Aber mit dem Down-Syndrom hat das nichts zu tun. Das Down-Syndrom tritt auch in allen gesellschaftlichen Schichten auf. Also das ist völlig egal, in welchem Zusammenhang die Eltern leben, wie viel Geld sie haben, auch in welchem Land sie leben, ist völlig egal. Also das ist auch von Kontinent zu Kontinent gleich das Auftreten. Der einzige Einfluss, den es noch gibt, ist das Alter der Mutter. Die Häufigkeit steigt mit dem Alter der Mutter. Ab dem 34. oder 35. Lebensjahr steigt es meines Erachtens signifikant an. Und vorher nur leicht. Aber es werden genauso Kinder auch von ganz jungen Müttern geboren, die Down-Syndrom haben. Die Mütter können auch 17 sein oder erst 20. und das gibt es trotzdem. Aber eben häufiger, wenn die Mütter älter sind. Das handelt. Genau. Da muss ich mich nochmal belesen. Und das ist auch ein Grund, warum es Vorsorgeuntersuchungen und Pränataldiagnostik gibt. Da kommen wir im nächsten Teil drauf. Genau. Da möchte ich auch jetzt hier nicht weiter drauf eingehen. Ja. Wichtig ist auch noch, es tritt in allen Ländern auf und in allen Gesellschaftsschichten das Down-Syndrom, aber in der Geschichte hat sich sozusagen, was das Leben von Menschen mit Down-Syndrom betrifft, durchaus einiges verändert und auch von Land zu Land. Da machen wir auch nochmal eine extra Folge drüber, wie es in anderen Ländern ist. Aber jetzt schon mal am Rande, geschichtlich, heute haben Menschen mit Down-Syndrom eine Lebenserwartung, die relativ nah von anderen Menschen ist, ohne Down-Syndrom. 60 bis 70 Jahre werden die Menschen heute alt. Das war allerdings nicht immer so. Etwa vor 100 Jahren sind viele Menschen mit Down-Syndrom nur auch nur nicht immer erwachsen geworden zum Beispiel. Ja. Und das hängt einfach damit zusammen, dass früher sich die Medizin um diese Menschen nicht gekümmert hat. Man hat dann gedacht, das lohnt sich nicht. Dazu kommen natürlich, wenn Babys so einen Herzfehler haben und einfach medizinische Hilfe benötigen, die wir denen heute geben können, hatten die früher die Möglichkeiten nicht. Klar, die Medizin war da nicht. dann sind die natürlich einfach gestorben dann daran oder haben sozusagen andere, das hat vielleicht andere Gespräche ausgelöst oder so. Ja. Und auch heute sind wir in der Medizin so weit, dass wir da einfach, ganz einfach da helfen können und das einfach dazu führt, dass die normal langes und auch vor allen Dingen auch ein erfülltes Leben führen können. Ja. Da ist mir jetzt noch die Frage in den Kopf gekommen, Medizin oder Medizintechnik. Ist es denn notwendig, irgendwelche Medikamente zu nehmen, wenn man Down-Syndrom hat? Nö. Also jetzt mal abgesehen von den von den Nebenerscheinungen wie zum Beispiel Herzverdauungstrakt und so, ne? Aber da gibt es nichts dergleichen. Nein, nein. Keine Notwendigkeit, weil... Nein, überhaupt nicht. Also man muss hier nochmal noch mal dazu, genau, es ist ja keine Krankheit. Genau, es ist keine Krankheit, man könnte es vielleicht eher beschreiben, als es ist eine eine einfach eine Konstitution oder eine Art da zu sein, einfach mit... Also... Es ist eine eigene Charakteristik, eine eigene... Genau. ...physische, biologische Charakteristik, die verhandelt ist. Genau, man kann es vielleicht auch nochmal so vorstellen, also ich habe ja gesagt, dass es an den Chromosomen liegt und die Chromosomen tragen ja die Erbinformation und da steht... Und da ist sozusagen drin verschlüsselt, wie wir Menschen gebaut sind einfach. Also da, die Chromosomen... Der Bauplan. ...ist der Bauplan, da steht drin, hier, wir haben vielleicht eine helle Haut oder eine dunkle Haut, Haarausfall mit 30 so wie wir. Oder so ein Bauch wie ich. So ein Bauch wie du. Oder da steht... Es steht alles drin, was uns betrifft, wie wir einfach wachsen, wie wir älter werden. Vielleicht auch was... Genau, wie sich unsere Organe entwickeln. Und dementsprechend, wenn wir jetzt einfach sehen, da ist ein Chromosom mehr da, da ist sozusagen ein Chromosom anders in Teilen der Erbinformation, und dann sind natürlich auch die Menschen anders. Ja, na klar, na logisch. Und nichts anderes ist das erstmal. Alles klar, ja. Und es ist also total abwegig, also dass man dann per se jetzt das bestimmte Medikament immer nehmen muss, wenn man es nicht leben kann. Es kann natürlich sein, wie du schon gesagt hast, wenn jetzt jemand einen schlimmen Herzfehler hat, dann gibt es Medikamente, wie bei jedem anderen Menschen auch, die das unterstützen, dass das Herzreit gut funktioniert, dass der Kreislauf funktioniert. Und das gibt es natürlich. Ja, jetzt gab es ein kleines technisches Problem, das haben wir aber behoben. Wir waren also stehen geblieben bei der Feststellung, Chromosom 21-Quatsch-Down-Syndrom ist keine Krankheit, die in irgendeiner Art und Weise medizinisch behandelt werden müsste, sondern es ist eine Charakteristik, ein Bauplan eines Menschen. So, das war es jetzt von unserer Seite. Ich wiederhole nochmal das, was wir vorhin wiederholt haben, die ganze Zeit, aber was leider nicht aufgezeichnet wurde. Danke nochmal an die, die uns auf Twitter schon folgen. Wir sind auf Twitter erreichbar unter atchromosom21. Dort haben wir schon einige Follower und auf diesem Weg könnt ihr uns da gerne Fragen stellen, teilen, sharen, wie auch immer. Und du bist der große Facebook, also unter anderem der große Facebook-Spezialist und du sagst, auf Facebook haben wir auch da eine Seite, ne? Ich habe zumindest einen Account. Ja. Wir haben auch eine Facebook-Seite, das ist facebook.com-chromo21 und da könnt ihr auch Neuigkeiten erfahren und könnt auch Nachrichten hinterlassen und uns natürlich auch bitte Fragen und Anmerkungen schicken und liken und was man sonst noch alles machen kann. Genau. Und zu guter Letzt, ach so, ja, und dann gibt es natürlich noch den Blog an sich, chromosom21.podcaster.de Dort könnt ihr alle Folgen nochmal nachlesen. Da gibt es auch hier noch wieder mal so ein paar Beiträge, die wir mit reinstellen und ihr könnt auch kommentieren. Ja, und schlussendlich würde ich dann noch betteln und darum bitten, wem dieser Podcast, dieses Projekt hier gefällt, der möge doch bitte auf iTunes oder podcast.de seine Bewertung abgeben, ein paar Sternchen, weil das hilft natürlich, dass der Podcast sich mehr verbreitet und mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Jo. Und das müsste es jetzt von uns gewesen sein. Zumindest für die erste Folge. Für die erste Folge. Folge Nummer 2 kommt auch in Kürze zum Thema Pränataldiagnostik und allen Fragen, die sich da zustellen und Handlungen, die da plötzlich notwendig sind. Sehr spannendes Thema. Ich bin schon echt irre gespannt darauf und freue mich darauf. Ein Down-Syndrom im Bauch. Ein Down-Syndrom im Bauch. Oh, das klingt schön. Das klingt gut. Ja, also Folge 2 als bald. Down-Syndrom im Bauch. Und bis dahin wünschen wir euch noch ein paar schöne Tage und danke fürs Zuhören. Danke. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.